Hey, das habe ich gemalt. Das sind mein Kätzchen und ich. Wir liegen auf dem Gras und schauen in den Himmel. Und ich sehe Mr. Midnight auch wieder vor. Können wir vielleicht da zu Ende malen? Hm, selbst wenn es klappt, wüsste ich nicht, wofür ich es nutzen würde. Okay. Ah, Moment, hier ist noch Fenster. Wir können noch zum Fenster rausschauen. Oh. Oh, ein Kamala. Ja, fiese Kreaturen. Armer Baum, wir haben bestimmt traurig, dass ein Kamala ihn angenagt hat. Ich weiß, das kann man erst kein Wasser mögen. Hm. Entschuldigung, ist da unten jemand? Ja, ich bin jemand. Hallo, hast du eine schwarze Katze gesehen? Nein, ich habe keine Katze gesehen. Aber etwas Schwarzes nagt gerade an mir, das sehe ich. Hm. Nagt an dir? Das ist bestimmt der Kamala. Kamala. Geht das dir gut? Nein, nicht wirklich. Ich fühle mich nicht gut. Ich bin traurig. Nun, ich könnte dir vielleicht helfen. Ich habe schon mal einen Kamala verscheucht. Ganz alleine. Wirklich? Das klingt vielversprechend. Ich wäre gerne wieder glücklich. Mal sehen, was ich tun kann. Keine Sorge. Okay, das heißt, wir haben schon den nächsten Auftrag. Haben wir denn Wasser dabei? Wir haben kein Wasser dabei. Wir haben einen Katzenschlüssel. Ähm, können wir den mit dem kombinieren? Nee. Aber wir haben doch hier... Was ist, wenn wir das untersuchen? Vielleicht der Müll. Ah, es macht mich wütend, wenn Dinge nicht klappen. Oh, Moment. Wir haben doch ein Messer. Hm. 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 Ah, okay. Ah, wie süß. Da fliegt die Katze. Okay. Ja, den Gesichtsausdruck fühle ich auf jeden Fall. Oh. Sollen wir uns schon mal mit einem Messer bewaffnen? Nichts? Natürlich. Was habe ich mir dabei gedacht? Oh, ähm. Also hier liegt auf jeden Fall ein Schlüssel. Den werde ich mir als erstes greifen. Alter, dieses Auge. Noch ein Schlüssel. Sehr schön. Was für ein großes Auge. Was guckst du dir an? Guckst du dir mein schönes Gesicht an? Kenne ich dich? Du kommst mir bekannt vor. Okay. Das war die Eins. Das ist die Zwei. Können wir vielleicht... Moment. Wir suchen jetzt... Wir gucken jetzt erstmal, ob eine Tür vielleicht auf ist. Tür Drei. Ih, ganz blutig. Okay. Tür Vier. Tür Vier. Aufmachen, bitte. Tür Fünf. Natürlich abgeschlossen. Okay. Da versuchen wir jetzt erstes die Zwei, würde ich sagen. Die Tür ist abgeschlossen. Können wir damit vielleicht die Zwei benutzen? Okay. Dann versuchen wir jetzt nächstes die Drei. Brauche wahrscheinlich etwas Blutiges. Okay. Hätte er... Oh, Moment mal. Salz. Na gut. Schlüssel passt nicht. Der Schlüssel... Können wir hier nicht aufschließen. Okay. Haha. Oh. Oh. Was ist das? Ah. Licht an und aus. Okay. Was ist hiermit? Oh. Okay. Einbrecher. Eindring... Oh, hier. Ähm. Einbrecher. Eindringling. Warum kommst du herein, ohne dich vorzustellen? Ich bin Okula. Das Auge von außerhalb. Siehst du meine Schönheit? Oh. Tut mir leid. Du bist da ein großes Auge. Du siehst bestimmt sehr gut. Ich sehe alles und nicht weniger. Oh. Alles? Kannst du meine Katze sehen? Deine Katze? Wie kannst du eine Katze besitzen? Du bist königlich. Königin. Prinzessin.